im august 23 waren meine familie und ich auf zypern am malama beach im osten der insel wir haben trotz der 40 grad sommerhitze aber nicht nur am strand gelegen sondern auch ein paar ausflüge gemacht letzte woche gab es zur geisterstadt warosha ja schon ein solo video denn dieser riesige lost place hat einfach sein eigenes video verdient hier nochmal der link dazu zypern hat für besucher viel zu bieten der west teil dort waren wir 2017 etwas mehr als der osten trotzdem haben wir auch hier einige schöne erlebnisse gehabt so 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 so